Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es freut mich jedes Mal extrem, wenn wir euch die neuen Modenschöpfungen vom Leutilook vorstellen dürfen. Wir zeigen jetzt eine klasse sportliche, rassige Kombination von Grösse 34 bis 46, die wir in unserem Geschäft haben. Wir reden im Moment in der Mode von einer Farbberuhigung und trotzdem ist es natürlich immer wieder schön, auch die Rot-Pink-Töne neben dieser ganzen Pastellwelt, die sich auch im Laden zeigt von feinen Mint-Farbtönen, dann haben wir ganz schöne Naturnuasen und eben trotzdem auch wieder Kontrast mit schwarz, rot, orange, pink, die euch wirklich, eure Farbopfer, in eure Garderobe reingeben. Immer schön für ein Zfest oder im Alltag, leichte Bläservarianten zeigen wir, schöne Strickteile, lässige Hosen, von schmal bis weiten Silhouetten, sieht man im Moment wirklich alles. Die Modewelt ist vielfältig, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch, dass wir euch typgerecht beraten dürfen, das ist unsere Passion. Bis bald im Leutilook. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020